Let's play Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 und damit herzlich willkommen zurück hier aufs Lendytube. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, hier. Oh, und werden sehr nett begrüßt. Ja, danke, die sind mir auch aufgefallen und ich wollte sie gerade erschießen. Gut, wir gucken mal vorsichtig um die Ecke. Ich wollte mich eigentlich nicht hinknien. So, ja, da ist einer. Da bietet sich ein Scharfschützengewehr an, auf diese Entfernung. Ey, das war meiner, du... Naja. So, sind denn da noch mehr? Einer. Vier. Okay, gut. Ähm, das wird jetzt ganz unwitzig. Schick mal die Jungs da hin. Das könnte jetzt eventuell ziemlich heftig werden. Ihr dürft sie angreifen, bitte. So, das war einer. Alter, das sieht doch sehr ungesund bei euch aus, aber ihr überlebt ja Gott sei Dank das alles. Schmeiß mal einer eine Granate darüber. Los, die Polizei wartet. Sie stehen mit der Rücke zur Watt. Sie stehen mit der Rücke zur Watt. Sie stehen mit der Rücke zur Watt. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, waren das alle? Ich habe die blöde Karte nicht mehr. Da liegt einer. Hier geht mal darüber. Gut, alles roger. Ich sehe keinen mehr. Los, los, los. Telefon. In Position. Einen Moment. Ich will da rangehen. Boah, blöde Idee. Jetzt haben wir das Telefon geblendet. Dann geht es mal weiter. Die Frage ist nur, wohin? Da raus? Hallo? Ja. Nein, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Müssen wir da raus? Ich will da eigentlich nicht raus. Na, wir können aber vielleicht auch einfach hier rüber. Ja, das scheint mir plausibler. Alles klar. Wie schön. Wir folgen. Au, nein. Da kommen wir nicht durch. Nein. Es scheint jetzt hier wieder interessanter zu werden. In Position. Oder auch nicht. Hui, ein Schwimmbad. Wird gemacht. Checkpoint erreicht. Sehr gut. Sind da welche drin? Das will ich ja nicht hoffen sollen. Ach so, man kann in diesem dämlichen Spiel ja nicht springen. Kann alles machen, aber naja. Das gehört bestimmt in Amerika auch zur Ausbildung. Kein SWAT-Mitglied darf springen können. So, warum gehen wir? Können wir jetzt erstmal hier reingehen? Wenn da ist da einigermaßen ruhig ist. Wir können das mal mit der Türladung probieren. Das muss aber... Nein, okay, er geht wieder. Äh, wie machen wir das? Wartet hier hier mal an der Tür. Ich guck mal, wie es hier unten aussieht. Okay, da ist auch einer. Und hier oben ist dann der... Der Typ. Das ist scheiße von hier. Das ist ja übel schwer zu erledigen. Machen wir vielleicht doch zuerst mal oben. Öffnen, öffnen und säubern. Roger. Ui, der scheint doch ein bisschen mehr zu sein, als ich gedacht hab. Da unten muss doch der Typ... Ja, genau der da. Ja. War's das? Ich vergesse immer die Karte. Die ist eigentlich so übelst nützlich, aber ich benutze sie ja nie. Gucken wir da irgendwie rein. Ja, so. Irgendwas Wichtiges? Nein. Mensch. So. Oh. Ist das das Schwimmbad wieder? Nein. Nicht so wirklich. Ja, doch. Das ist absolut ein Schwimmbad. Mein Gott. So, jetzt... Ah, jetzt geht's hier auch praktischerweise gleich runter. Da geht's dann weiter, vermute ich mal. Da geht's auch noch weiter. Lecker. Was soll denn das hier sein? Rauchgranaten für... Ja. Ihr geht mal da hin. Ich guck mal da rein. Ich seh keinen. Das heißt aber nur lange nicht, dass bei euch auch keiner ist. Ich geh auf nochmal sicher. Okay, hier ist wirklich nirgends einer. Später ein Checkpoint. Ja, jetzt. Jetzt kommen Tausende. Aber wenn man da mal einen bräuchte, kommt keiner. Kannst du irgendwie aufmachen? Nein. Apps. So, was haben wir hier? Einen Tango da. Ist das noch einer? Ist das noch einer? Könnte sein. Lockieren wir den Freund mal. Dann würde ich sagen... Ich könnte den... Ich könnte den... Ich auch mal... Ich muss... Ja, das seht ihr mal wieder. Klappt hervorragend, wenn ich mal selber was machen will. Da seid ihr da die Experten dafür. Ui, Kletterhalle. Das scheinen Unkleidekabinen zu sein. Ihr kommt mal bitte mit. Boah. Okay. Das... Wir haben scheinbar noch nicht alle erledigt. So. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar keinen. Probieren. Das haben wir in der Türladung. Vielleicht erwischen wir ihn ja so. Wir haben ihn nicht erwischt. Ach du Scheiße. So, wir haben den erwischt. Müssen jetzt schnellst... Schnellstens beide heilen. Alter, wie schnell die down waren. Aber gut, der stand halt direkt neben der Tür. Hui. Wieso geht das leider nicht? Steh auf, du Lusche. Äh, ja. Es ist mir egal, auf wie viel Uhr du bist. Lass mich jetzt da mal durch. Ich bezweifle, dass das alle waren. Der Raum ist viel zu groß. Ich höre Seile. Hups. Ach, die sind da. Ach du Scheiße. Das kann jetzt witzig werden. Ihr bleibt mal hier. Ich spiele mal Rambo. Ah, gucke mal. Eins. Zwei. Da oben ist noch einer. Da geht's raus. Ah, da geht's da nach oben. Okay, verstehe. Da will ich jetzt aber eigentlich noch nicht... Ui, da... Ah, da schmeißt einer eine Granate. Ich sag's doch, da schmeißt einer eine Granate. Mein Gott, dass die auch nie auf mich hören. Wo ist der Freund? Äh, wo war denn der? Ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht ist der von... Ja. Wisst ihr was? Jetzt bleibt ihr einfach mal hier. Und ich probiere mal... Es ist wieder dämlich, was ich hier mache, aber... Ei, 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 ei. Da hält noch jemand mit! Okay, alles sicher. Wie sieht's hinter der Tür aus? Sieht noch alles ruhig aus? Ja, alles ruhig. Wo kam denn der jetzt zum Teufel her? Da drüben bewegt sich auch noch einiges. Da war doch gerade noch einer. Wo sind die denn? Headshot. Da war einer. Aber ich hätte gern die Karte wieder, weil ich hab... Einen Plan, worauf ich achten soll, wo die alle sind. Also da hinten bin ich ja mal mehr oder weniger sicher, hoffe ich. Seil. Von wo, wohin? Alter, ist das ätzend. Geht mal da hin. Das ist jetzt zwar so ein bisschen assi, aber die überleben ja relativ viel. Hat man vorher gesehen. Äh, ja. Genau, weil ich wollte sie... Weil wenn sie da in der Mitte rumstehen, ziehen sie die Schüsse auf sich. Ich check mal noch die oberen Stockwerke hier. Der Mahlscanner ähnlich. Und, 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 und. Ja, da ist noch einer. Ist denn der zum Teufel? Oh, scheiße. Ach, die sind... Gott sei Dank, die sind über mir. Ja. 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 Der ist auch über mir. Der zieht sich jetzt auch gleich runter, vermute ich mal. Das ist gut, weil so lang kann man die da runterschießen. Ja toll, jetzt habe ich dieses Ding nicht mehr. Wo? Ah, wo? Ist der tot? Ich will es hoffen. Ui, also das ist nicht lustig, Freunde. Da oben ist noch einer. Den habe ich schon vorher gesehen. Oh. Der hat uns auch gesehen. Da hinten. Alter. Sturm. Warum Sturmlevels waren schon... Nein, gar nicht. Nee. Da muss ich jetzt gerade... Entschuldigung, da muss ich gerade ein bisschen stolz auf mich selber sein. Ich bin normalerweise nicht so der Sniperkönig. Deswegen. Seil. Sich bewegendes Seil. So, jetzt kommt ihr mal da hoch. Dann reden wir weiter. Ist da noch einer drin? Oh, fick dich. Oh, ist das assi. Oh je, das war jetzt gerade eine wahre Meisterleistung. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ah, hier. Ich erinnere mich. Ah, wir sind ja schon wieder bei der Turnhalle. Jetzt müssen wir halt die ganzen Bastarde nochmal erledigen. Das wird aufwendig. Aber so ist das Leben. So ist das Leben. Sellerie. Hier kommt hier her. Ihr geht da hin. Was geht denn nur da rein? Wow. Hallo. Wir kennen uns noch nicht. So, hier fällt es bitte nicht wieder beide tot um. Ich glaube, dass ich die Folge gerade mit der Länge ein bisschen strapaziert, dadurch, dass ich jetzt direkt weiterspiele. Aber ist ja wurscht. Daneben. Guck, deswegen meine ich mit Sniperkönig. Ja, er schmeißt sich nur da rüber. Da tut sich niemand was. Jetzt habe ich einen erwischt. Und den haben die erwischt. Ja. Eieiei, das ist ja ätzend. Wo sind die anderen? Ja, ha, ha, ha. Ich weiß genau, dass sie noch hier sind. Wir sind in die Mitte. Da habt ihr ein besseres Ziel. Grundlage. Was ich jetzt... Ist da oben einer? Ja. Was ich als erstes mache, wenn ich gehe da jetzt wieder hoch, dass ich da als erstes... Da wird jetzt keiner drin sein. Nein. Was ich als erstes mache, ähm, da oben ist jetzt den Typ auszuschalten, der hinter dem Fenster steht und blöd durch die Gegend guckt. Und uns mit einem Schuss... Einer, nein, 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 nein. Ah, egal. Ist ja auch wurscht. Kontakt, Tango! Tango ausgeschaltet! Den? Ja. Guck mal, wer da drüben sitzt. Alter, kommt hier mal. Ihr sollt euch mal hierher kommen. Scheiße. Einer am Boden, wenn der andere jetzt auch noch liegt, haben wir ein Problem, weil wir nicht wissen, wo die sind. Okay, gut. So, jetzt kommt mal hierher. Sehr gut, jetzt seid ihr mal hier. Jetzt geht ihr mal nach da hinten. Ich versuche es in die Richtung. Ei, ei, ei. Aber ich glaube, jetzt übertreibe ich es wirklich gerade mit der Folge. Ähm, allein deshalb, dass es nicht so lange dauert, die hochzuladen, dann mache ich jetzt hier eine Pause und spiele dann gleich weiter und mache dann zwei Folgen draus. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Tschüss!